Ja, wir sind heute hier am Luftbrückendenkmal in Frankfurt und wir haben gefeiert das 75-jährige Jubiläum der Luftbrücke von Frankfurt nach Berlin. Es ist ein ganz wichtiges Zeichen gewesen und es ist heute auch ein ganz wichtiges Zeichen der transatlantischen Partnerschaft, dass wir hier zusammen sind mit unseren französischen Freunden, mit den britischen Freunden und mit den amerikanischen Freunden. Vielen Dank.